Ich glaube, wenn ich selber dann meine Baumeisterlehre abgeschlossen habe, dann mache ich das. Dann mache ich es mir selber. Überstayed MC. Mitspielen. Regeln. Boah, gibt es. Roleplay. Regel 1. Sei kein Idiot. Ternieren los. Scheiße, hä? Nehmen wir mal die Regeln erfüllt da. Erste Regel ist, sei kein Idiot. Wer bist du nochmal? Ja. Okay, pass mal auf. Weißt du da eigentlich, was du da auf dem Kopf hast? Nein. Weißt du nicht, ne? Kann ich mir vorstellen. Gib dir nur einen kleinen Tipp. Wäre das Ding los. So, los. So sollen sich die anderen zwei Köpfe den dritten Kopf zurück. Ich möchte es nur mal gesagt haben. So, du, wo ist mein Ring? Wo ist mein Ring? Wo ist mein Ring? Welcher Ring? Ja, welcher Ring? Welcher Ring? Nicht in die Gippeche laufen, die tun weh, Junge. Auch dieser Busch tut weh. Ja, ja, ja. Haben wir, haben wir das Lied? Haar, 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 haar. Haar, haar. Feier den. Ich schaue ein bisschen aus wie Janni, nur ohne Bart. Haar. Wenn du auch schaust wie Janni ohne Bart, mach Haar. Haar, 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 haar. Ja, weißt du das? Warum, warum sind Technik-Sachen immer so böse zu mir? Mein Abwiskabel ist im Maul. Hör jetzt auf! Hör jetzt auf! Das schmeckt mir nicht. Mir schmeckt halt keiner, Il! Ich mag ihr süßes Bier! Darf ich dir mal was sagen? Darf ich zuerst euch was sagen? Darf ich dir kurz was sagen? Darf ich euch was sagen? Darf ich dir was sagen? Okay, jetzt eher. Deine Kiste geht weg! Deine Kiste ist weg! Machen Sie mal. Was soll ich machen? Mit den Fingern noch am Tipp. Nicht an mich. Ach so, Entschuldigung. Wissen Sie eigentlich, wenn Sie auf Fräulein Selenia draufdrücken, dann kommen Geräusche raus, sagte sie vorhin. Das stimmt so nicht. Was für ein Windspiel. Oh, also Wund. Ich verstehe. Was hier oben hängt? Das hier. Ja, das mag ich nicht. Können Sie bitte aufhören damit? Das ist nicht so. Und werde da... Oh nein. Ich habe auf Gegenstände zerstören drückt und ich habe wieder alles zerstört. Mein Buch ist schon wieder weg. Ah, nein! Oh, au! Au, 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 au. Oh, das ist halt weh. Ich stecke immer so ganz, ganz klein und fürchterlich rein. Oh, der ist auch sehr groß. Auch sehr groß. Das wäre vielleicht was für den Eingang. Darauf atme halt mal hin, oder? Wenn du mit mir noch handeln willst und das bis knapp vier, dann beeil dich mal lieber oder ich kack dir ins Bier. Bis zum nächsten Mal.